So, neue Runde, neues Glück bei Super Mario Maker 1 Level Per Day mit eurem guten lieben Troplay. Noch hab ich rote Haare? Irgendwann werden die auch mal rauswachsen. Und heute haben wir ein Level vom Game Master. Game Master, yes, of course, the Game Master. Und er sagt, wir entern die Luftschiffe. Eine Abschlussrate von 2,73, 4 Leute, oder 4 mal geschafftes Level von 146 Versuchen, 4 Sterne, 36 Leute haben sich probiert, einen Kommentar gibt es sogar. Und ich würd sagen, wir sind Nummer 5. Erstmal sehr sozial, hier gibt es... ...einen Pilz. Luftschiff Nummer 1. Komm, die machen wir mal eben so weg. Luftschiff Nummer 2. Oh, weg. So, hier ist er auch noch sozial. Oh. Ah, verdammt, das geht nicht. Äh. Hier gibt es sogar eine Tür. Das ist jetzt die Frage, will er einen mit der Tür trollen oder nicht? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Nein! Alter, Bowser Junior, du kleine Ratte. Habt ihr das gesehen? Na, bleibst du hier, du Pilz. So, den nehmen wir mal mit. Machen wir die gleiche Variante wie eben. Boah. Nein! Alter, was ist denn jetzt mit mir los? Habe ich irgendwie irgendwas Schlechtes genommen oder so? Keine Ahnung. So. Gut, wo kommt der Kugel, Willi? Da. Nein, mein Panzer. Egal, da gibt es eine Feuerblume. Das kann ich ruhig justieren. Runter komme ich da eh nicht. So, die machen wir so platt. Jetzt gucken wir aber auch, was in der Tür ist. So, Punkt. Das erklärt die hohe Durchfallrate. Ich sag ja, das ist eine Trolltür. Habe ich aber vorher gesagt. Ja, also. Bloß, ich wollte es halt einfach mal wissen. Ne, ich will meinen Panzer haben. Ach, was. Verdammt. So. Ich bringe mich trotzdem mit. Nein! I've lost my flower. Flower power. So. Komm her. Gut. Ich glaube, drei Treffer sind das bei dem. Bäh. So. Oh, schön. Ziel suchend. Ähm. Hat du auch bedenkt, dass ich, äh, hier lang muss? Oh. Ja, hat er bedenkt. So. Das ist fies am Ende. Weil man kann nicht einfach so rüberlaufen. Aber okay, es ist schaffbar. Es ist schaffbar. Es ist knackig, ja. Aber es ist schaffbar. Boah. So. Boah. So. Den würde ich jetzt gerne mitnehmen. Oh, Mann. Ja, ist klar. So. Komm her, Bowser Junior. Ich wollte mich mal kurz nach hinten lehnen. Ein bisschen entspannen. Relaxen. So. Jetzt machen wir hier mal Butterbeidefische. Butterbeidefische und grillen sie ein bisschen. So muss das sein, finde ich. So ist das in Ordnung. Jetzt bin ich wieder unkonzentriert. Danke für den Pilz. Danke für diesen guten Pilz hier. Danke. Ich hab euch alle gern. So, den nehmen wir mit. Warten hier die Feuerkegel ab. So. Den haben wir jetzt auch mitgenommen. So. Nini, nini, nini. Nein. So. Komm her. So. Oh, komm, spring, Bowser. Oh, danke, Throne. So. Und ich nehme die offizielle Abkürzung. Ich habe nämlich gesehen, dass da oben irgendwie ein Weg ist und man kann das Ganze natürlich umgehen, weil das da unten wirklich sehr fies ist. Ich bedanke mich trotzdem ganz, ganz, ganz herzlich für Game Master, für dieses tolle Level. Es gibt natürlich auch einen Stern. Entert die Luftschiffe mit Game Master und wenn ihr auch so tolle Level habt, unten in die Kommentarfunktion Facebook, Twitter oder in das Formular, welches ihr in der Videobeschreibung findet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. 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 Tschö.